Ja, schönen guten Abend Pinneberg. Wir sind Mio, beziehungsweise Mio und Band, so heißt es eigentlich richtig. Wir haben einen sehr, sehr langen Anreiseweg gehabt von Hamburg, also normalerweise 25 Minuten, heute ungefähr 2 Stunden 50. Und wir sind trotzdem angekommen und wir sind hoch erfreut, dass so viele ohne Regen schon gekommen sind. Und die haben es natürlich ein bisschen komfortabel, aber naja, so ist es. Die Band spielt sich schon in Wolf, aber eine ganz wichtige Person fehlt noch. Und das ist Mio, aber die mag es auch gerne, wenn wir so ein bisschen den Takt einfach mitklatschen. So wie man es in der ersten Klasse meistens auch lernt. Jedem Mann ist 4, ist ganz einfach. Das geht aber auch gerne bis in die letzte Reihe. In Pinneberg soll das besonders schnell gehen, habe ich mir sagen lassen. Das klingt gut und wir willkommen, äh, wir heißen auf der Bühne willkommen, so heißt es richtig, Mio! Hallo ihr lieben Pinneberger! Applaus Oh boy You're way up at someone's end up